Dieses Mario Kart DS Video endet, wenn ich von einem blauen Panzer getroffen werde. Let's go! Peach, dankeschön. Peach, die geile Welt. What did he say? Ja, Blue Shell, sehr schön. Guck mal, solange wir nicht getroffen werden, ist ja alles gut. So lange könnt ihr ja auch ein Like und ein Abo dalassen. Ey, Jungs, wir sind jetzt auf dem ersten. Alter, wenn jetzt eine Blue Shell kommt, bitte. Nintendo, bitte. Yoshi, komm, gib Kass. Hä? Kein Ding für den... Ey, Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Mario Kart DS hat ja schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Ja, okay, ich hab jetzt auch die Grafik hochgestellt, weil sonst würde es doch schlecht aussehen. Aber es sieht halt natürlich nicht so gut aus, wisst ihr? Aber warum haben wir die Spiele trotzdem immer so mit einer richtig hohen Auflösung im Kopf? Das ist bei allen Wii-Spielen so. Oder die Wii-Spiele laufen alle irgendwie so in 580p oder so. Oh, wir haben einen Stern. Also Mario, ich will ja nicht enttäuschen, aber eigentlich musst du da jetzt schon weggehen. Mario, 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 hallo? Der Shad hat einfach halt gar nichts gebracht. So, zack. Dicker, ich bin einfach auf dem sechsten. Bro, ich muss schon irgendwie so ein Comeback machen oder so. Leipfüßel. Wow, okay, geh. Jetzt hab ich nicht verscheißen. Bro! Oder selbst Mario Shad hat sich. Egal, Jungs. Jetzt erst mal keep, 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 keep. GP ist eigentlich schon so eine geile Strecke, ne? So, jetzt, Jungs, hier Risiko, ne? Full Risk eingehen. Ja, hier, Toad, geh mal weg. Wer bist du eigentlich? Oh mein Gott, Bro, Instant Karma, Digga. Ich fahr gegen die Palme. Digga, was ist hier los? Hier Gruppen kuscheln, oder was? Bro! Bro, wir fahren alle vier auf einem Fleck. Hallo, geh mal weg. Oh, blauer Panzer bei euch. Oder was ist eigentlich mit Peach los? Peach ist ja irgendwie richtig heftig, oder? Die ist schon wieder erste. Ich fahr ein zweites Mal gegen die Palme. Eigentlich lernt man ja aus Fehlern, aber... Nein, ich hab vielleicht nicht. Was hat Peach für einen heftigen Vorsprung? Ich seh die gar nicht auf der Karte, Bro. Ich seh die gar nicht. Peach, sorry. Ne, jetzt mal auf Ernst. Wo ist... Bro, es kommt einfach noch eine Blue Shell. Oh, ach, hier, hier. Die Peach, Alter, komm weg, bitte. Ja, es muss halt einfach kein blauer Panzer kommen. Peach hat schon so Skille schufen, aber wie weit hinten die ist. Ey, bitte. Ich bin bei allen drei Runden immer gegen die Palme gefahren. Hey, es ist schon peinlich. Einfach CPUs besser als ich. Peach, sorry. Oh, nein, doch nicht besser als ich. Hey, die ist voll scheiße. Jungs, erster Platz, erster Platz, erster Platz. Ja, so langsam kann auch mal der blaue Panzer kommen, sage ich. Deswegen fahre ich am besten eigentlich nicht auf, Bro. Ich bin einfach schon wieder ab da. Bro, womit ich eigentlich so schlecht in der Mario-Platte ist. Ja, wir haben Goldpilz. Oh mein Gott, wir haben Goldpilz. Komm, Donkey, komm weg da. Komm, Donkey. Das ist ein Fake-Item, Bro. Jungs, komm, Goldpilz. Oh mein Gott, der Goldpilz kommt gefährlich. Wir können richtig fett einholen. Wir können gleich einholen. Peach ist natürlich wieder erster, weil so wieder ein Item, so ein Pilz oder so, würde schon schmecken eigentlich. Dann werden wir auf dem ersten. Robosa klebt aber auch fett an unserem Arsch. Das ist nicht so gut. Und ich werde von Toad eingeholt. Oh Toad, gib ihm. Jetzt Peach einholen. Weg mit der Konkurrenz, Leute. Let's go, let's go, let's go. Mal gucken, ob ein blauer Panzer kommt. Wenn nicht, hab ich schon gesagt, dass ihr eigentlich das Video liken sollt und abonnieren. Das wäre fett und schade.